Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odus Hindaidukai und ich will dir in diesem kurzen Video zeigen, wie du schnell und einfach ein Sample-Austausch, das quer über das gesamte Arrangement verteilt ist. Apropos Austausch, es wäre klasse, wenn du dem Video im Austausch zu dieser Information einen Daumen hoch gibst und noch schöner, wenn du gleich den Kanal abonnierst. Dann legen wir mal los. Wenn du in deinem Arrangement ein Sample immer und immer wieder benutzt hast, aber dir jetzt genau das Sample nicht mehr gefällt und du ein anderes Sample benutzen willst, dann geht es ganz einfach und elegant. Ich nehme hier als Beispiel mal diese Kick Drum und will die jetzt durch diese Kick Drum hier ersetzen, und zwar über das gesamte Arrangement. Das mache ich dann ganz einfach, indem ich mit dem Mauszeiger hier unten recht auf das Project Panel gehe und mir da das anzeige und oben im Projekt Panel, genau hier, klicke ich hier auf Files. So, hier sind alle Dateien aufgelistet, die in dem Arrangement drin sind, inklusive meiner neuen Kick Drum. Jetzt kann ich ganz einfach hier über diese Samples gehen, du siehst das schon ganz genau, hier steht Replace. Und klicke hier drauf. Der Vorteil ist, wenn das neue Sample schon im Arrangement ist, als ich das da reingezogen habe, dann befindet sich das sofort in diesem Auswahl-Dialog. Und ich kann jetzt einfach das neue Sample auswählen, Open klicken und jetzt ist hier das alte Sample durch das neue Sample ersetzt worden. So, in Bitwig gibt es noch eine kleine Besonderheit, was die Sache noch besser macht. Ich mache das jetzt gerade mal wieder zurück hier. Und zwar in Bitwig ist so ein Clip ja kein Sample, sondern ein Container für ein Sample oder wie das in Bitwig heißt, für ein Audio-Event. Das heißt, in einem so einen Container können mehrere Samples sein. Und ich habe das jetzt hier mal zum Beispiel gemacht. Ich habe das gleiche Sample jetzt hier immer wieder reingenommen, habe das überall verteilt. Das ist immer das gleiche Sample oder eben das gleiche Audio-Event. Und habe das jetzt verschiedenartig hier aufgeteilt mit ein bisschen Stretching und anderen Angelegenheiten. So, jetzt möchte ich ja mein altes Sample mit dem neuen Sample ersetzen. Das heißt, ich gehe jetzt wieder hier unten auf Project Panel, dann auf Files und befinde mich dann hier in der Übersicht der Files. Und klicke hier wieder Replace und ersetze das alte Sample durch das neue Sample. Und dann sieht man schon, dass sämtliche Bearbeitungsschritte, die ich hier vorgenommen habe, auch mit übernommen werden. Weil das Sample oder das Audio-Event in dem Clip mit all den Ereignissen, mit all den Events, mit all den Bearbeitungsschritten, die ich hier vorgenommen habe, übernommen werden. Auch das Stretching wird hier übernommen von dem Sample. Dadurch, dass das Sample in einem Audio-Event gespeichert wird. So, und das war es dann auch schon wieder. Mein Name ist Odo Sendaidekai. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.